Hallo, ich bin Stefan von Forstreich Maschinenbau. Heute möchte ich euch mal meine neueste Erfindung vorstellen, den fernbedienbaren Felcal TR300. Der fernbedienbare Felcal TR300 hat ein Gesamtgewicht von 10,2 Kilo inklusive eines 5 Ampere Stunden Akkus und lässt sich dank des einstellbaren Schultergurts bequem an den Einsatzort tragen. Der Baum wird vorbereitet nach den anerkannten Regeln der Technik. Wichtig dabei ist, dass der Sicherungskeil eingebracht wird zwischen dem Fellkeil und dem Halterband. Als nächstes wird dann der Sägeschnitt erweitert, nach oben und nach unten, so dass die Federstahlplatten mit den Schweißpunkten sicher im Holz Halt finden. Jetzt wird der Fellkeil in den vorbereiteten Sägeschnitt gesetzt und mit dem Handschalter vorgespannt. Danach kann das Halterband durchtrennt werden. Nun schiebt sich der Fellkeil mit bis zu 25 Tonnen Druckkraft in den Baum und erreicht am Spindelende 6 cm Hubhöhe. Dank der integrierten Sensorik stoppt die Spindel automatisch am vorderen und am hinteren Ändernschlag. Der Vorspürt begibt sich jetzt in die sichere Rückweiche und kann die Fellung aus bis zu 50 Meter Entfernung per Funk sicher durchführen. Das ist halt der große Vorteil des Fernbedienbahn-Fellkalt TH300. Ich kann ohne Kraftanstrengung und mit maximaler Sicherheit die Bäume aus der Entfernung zu Fall bringen, selbst bei vermeintlich unkritischen Fellungen. Das war's von mir. Danke fürs Zuhören. Bis bald.